Hey Süßen, mein Name ist Bushida. Am 15.05. ist Landtagswahl in NRW und ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, wen ihr wählt. Eine klare Empfehlung meinerseits geht zur Urbanin, eine Hip-Hop-Partei. Ich mache Hip-Hop, aber ich kämpfe auf jeden Fall queer-feministische Kämpfe in meinem Rap. Und was die Partei macht, ist diese Kämpfe endlich in die politische Landschaft zu tragen, wo sie viel zu lange nicht gehört wurden, wo viel zu lange Antirassismus nicht die Agenda war, wo koloniale Strukturen weitergegeben wurden, wo patriarchale Strukturen immer noch Einzug finden, jeden Tag. Die Urbane will daran aktiv was ändern. Die Urbane hat unfassbar bewundernswerte Frauen und gerade NRW, die Kandidatin, Tara, ich lege es euch ans Herz. Und da werden Energien freigesetzt für einen Wandel, den wir alle brauchen. Also denkt über euer Kreuz nach. Strategie ist jetzt aus. Ab jetzt wird noch mit dem Herzen gewählt.